Als Familie May, einen jungen Irish Terrier aus einem Tierheim adoptierten, konnten sie nicht ahnen, auf welchen Weg sie sich begeben würden. Sie nannten den Hund Duffy und schlossen ihn schnell ins Herz. Duffy war ein sehr braver Hund und die Familie liebte ihn. Er war verspielt und lustig und wurde fast wie ein Geschwisterchen für Benjamin und die anderen Kinder im May-Haushalt. Als sie mit ihm aufwuchsen, schenkte er ihnen viele Stunden der Liebe und Unterhaltung. Im Gegenzug gaben sie ihm das bestmögliche Leben. Leider bedeutete das nicht, dass das Leben für Duffy immer fair oder einfach sein würde. Von Anfang an, als er noch ein sehr junger Hund war, zeigte er Anzeichen für gesundheitliche Probleme. Oft mussten sie ihn zum Tierarzt bringen, um ihn wegen verschiedener Probleme behandeln zu lassen. Er schien ein Frühstadium einer Lebererkrankung zu haben, gegen die der Tierarzt Medikamente verschrieb. Die Familie kümmerte sich um ihn und obwohl es ihm manchmal schwer fiel, ließ er sich nicht unterkriegen. Stattdessen genoss Duffy sein Leben in vollen Zügen. Jahrelang erlebte er Abenteuer mit seiner Familie und seinem besten Kumpel Benjamin. Sie spielten und reisten, gingen spazieren und machten so ziemlich alles, was ein glücklicher Vierbeiner mit seinem besten Freund tun möchte. Es war wirklich ein tolles Leben. Doch dann, als Duffy etwa acht Jahre alt war, begann seine Familie besorgniserregende Anzeichen zu erkennen. Duffy wurde immer langsamer. Der Hund hatte plötzlich Harnunfälle im Haus, obwohl er eigentlich völlig stubenrein war. Ihm schien es unangenehm zu sein, wenn er im Haus pinkelte, und es war klar, dass er es sich nicht verkneifen konnte. Die Familie sah auch, dass er mehr Wasser als sonst trank, und einfach nicht er selbst zu sein schien. Er aß mehr als sonst und schien dennoch an Gewicht zu verlieren. Seine Familie machte sich langsam Sorgen und brachte ihn zum Tierarzt. Der Tierarzt hatte einige wirklich beängstigende Theorien darüber, was mit dem liebenswerten Duffy los sein könnte. Eine davon war Hundediabetes. Das bedeutet, dass ein Hund nicht genug Insulin im Körper hat. Infolgedessen verdaut der Körper die Nahrung nicht richtig. Selbst wenn der Hund wie gewohnt frisst, kann der gesunde Zucker im Futter nicht aufgespalten und als Brennstoff für den Körper verwendet werden. Das heißt, dass der Körper des Hundes seine gesamte Energie verbraucht, nur um im Gang zu bleiben. Dabei kann er nicht immer alle Funktionen erfüllen, wie etwa Wunden heilen. Zu wissen, dass ihr Hund diese Krankheit haben könnte, war für die Familie May kein Vergnügen. Aber sie mussten ihn testen lassen. Die Ergebnisse zeigten, was sie befürchtet hatten. Duffy hatte Diabetes. Schnell wurde die Familie unter Anleitung ihres Tierarztes aktiv und verabreichte Duffy Medikamente zur Behandlung der Krankheit. Er würde wahrscheinlich für den Rest seines Lebens zweimal täglich Insulin spritzen müssen. Und oft musste diese Behandlung mit anderen Medikamenten kombiniert werden, um Duffy gesund zu halten. Doch Diabetes ist eine tückische Krankheit, die sich nur schwer vorhersagen lässt. Die Komplikationen mit seiner Krankheit und seinen Medikamenten begannen eine seltsame Wirkung auf Duffy zu haben. Plötzlich bemerkte die Familie, dass er sie nicht mehr erkannte, selbst wenn sie direkt vor ihm standen. Sie mussten sprechen, damit er ihre Anwesenheit zur Kenntnis nahm. Duffy stieß Gegenstände um und schien tollpatschiger zu sein als je zuvor. Das Haus, in dem er lebte, seitdem er aus dem Tierheim gerettet wurde, schien plötzlich wie ein neuer Ort. Ein Ort, den er nicht kannte und an dem er sich nicht zurechtfand. Ein weiterer Besuch beim Tierarzt war angesagt. Und es folgte eine weitere unschöne Diagnose. Duffy würde blind werden. Das war für die Familie ein Schock. Duffy war acht Jahre alt. Während dies bei manchen Rassen bereits ein stolzes Alter ist, können Irish Terrier zwölf bis fünfzehn Jahre alt werden. Würde er den Rest seines Lebens in der Dunkelheit verbringen müssen? Es war herzzerreißend, ihm zuzusehen. Dieser glückliche Hund, ihr bester Freund, verlor sein Augenlicht. Und damit verlor er auch ein wenig von seinem Elan. Für den Hund musste es ein furchtbarer und unglaublich beängstigender Tag gewesen sein, als alles völlig dunkel wurde. Es ist etwas anderes, wenn Hunde ihr ganzes Leben lang blind waren. Diese Tiere haben gelernt, sich schnell anzupassen. Aber Hunde, die einst sehen konnten, haben es um einiges schwerer. Zunächst musste die Familie seinen Diabetes in den Griff bekommen. Das konnte wirklich lebensbedrohlich sein und das musste Priorität haben. Als sie das endlich geschafft hatten, gab der Tierarzt ihnen eine hoffnungsvolle Nachricht. Eine bestimmte Operation könnte Duffy sein Augenlicht zurückgeben. Aber sie wäre sehr teuer. Die Kosten für die Operation würden sich auf etwa 5000 Dollar belaufen. Für die meisten von uns ein enormer Betrag. Es gab sogar Leute, die ihnen sagten sie seien verrückt, weil sie so viel für einen Hund bezahlen wollten. Aber wie die Familie May sagte, war Duffy für sie nicht nur ein Hund, sondern ein Teil der Familie. Wie konnten sie zusehen, wie Duffy sich abmühte, wenn sie wussten, dass sie etwas tun konnten, um ihm zu helfen? Die Familie sparte etwas Geld, verkaufte einige Dinge und tat alles, was sie konnte, um Geld für die Operation aufzutreiben. Endlich war es soweit, dass der Welpe sein Augenlicht zurückbekam. Die Operation war reine Routine und für die meisten Hunde wäre sie nicht wirklich gefährlich. Aber für Duffy könnte das ganz anders sein. Sein Diabetes könnte viele Komplikationen verursachen. Auch die Lebererkrankung könnte Probleme bereiten, während er in Narkose gelegt wurde. Die Familie war verunsichert. Sie wussten, dass sie ihm eine Chance geben mussten. Und das großartige Team, das ihm half, würde der Familie Vertrauen in ihre Entscheidung geben. Aber wie würde das Ergebnis aussehen? Benjamins Eltern waren unglaublich nervös, als sie Duffy an diesem Tag beim Tierarzt ablieferten. Sie hielten ihre Telefone in der Nähe, um sicher zu gehen, dass sie keine Anrufe des Arztes verpassen würden. Würde Duffy die Operation überstehen? Als der Anruf endlich kam, waren sie sich nicht sicher, ob sie bereit waren, ihn anzunehmen. Aber sie mussten es tun. Und sie waren so froh, dass sie es taten. Der Tierarzt erklärte, dass es Duffy unglaublich gut ging, und dass er sogar nach Hause gehen konnte. Seine Familie konnte ihn abholen. Beim Tierarzt wurde die Familie in einen Raum geführt, wo sie darauf wartete, dass ihr Junge herauskam. Und einer von ihnen beschloss, das Treffen für Benjamin, der nicht dabei sein konnte, aufzuzeichnen. Sie waren so froh, dass sie das taten, und wir sind es auch. Das Video beginnt, als Duffy mit einem Trichter auf den Kopf hereinkommt. Am Anfang scheint er etwas nervös zu sein. Aber in dem Moment, in dem er seine Familie bemerkt, ändert sich alles. Der Hund konnte seine Familie monatelang nicht sehen, aber jetzt hatte er sein Sehvermögen zurück. Er konnte wieder sehen und er liebte die Gesichter, die er vor sich sah. Schnell rannte er von einem Familienmitglied zum anderen und machte dabei kleine fröhliche Quietschgeräusche. Sein ganzer Körper zitterte, weil er so heftig mit dem Schwanz wedelte. Es schien, als könnte er es kaum erwarten, sich jeden Einzelnen von ihnen anzusehen. Er war so glücklich. Anschließend schickte die Familie das Video an Benjamin und veröffentlichten es anschließend auf Social Media. Danach wurde es millionenfach geteilt. Es war ein bewegender Moment, der für immer festgehalten wurde. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Soldaten an, der seinen Hund nach zwei Jahren wieder sah. Die Reaktion wird dich zum Weinen bringen. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.